Das RegenTV Plus für euch unterwegs in Sachen Obstbau. Heute stehen zwei wichtige Initiativen an, zwei wichtige Abstimmungen und ich bin beim Ralf Kellerhals. Ralf, füllen mich mal ein bisschen ins Thema ein. Sali Danny, hoi. Eigentlich geht es ja darum, dass wir Obstproduzenten uns zusammen hier bei uns auf dem Betrieb. Ich möchte euch mal zeigen, was mir in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren, was da gegangen ist. Dass wir eigentlich nicht nur spritzen gehen, dass es gespritzt ist, sondern wir gehen also auszählen und die restlichen Sachen, dass es wirklich konform ist und wirklich nur dann gehen, wenn es nötig ist. Das werden dann nachher bei meinem Lehrmeister ehemaligen, der auch da ist, der nachher in meiner Post dann euch erklärt, was eigentlich da, wie wir das machen. Und dem Sprecher Hans-Peter von Äscht, wo wir zusammen eine Maschinengemeinschaft haben. Ja, wir arbeiten halt ein bisschen zusammen untereinander und tauschen uns eigentlich aus, wie können wir es noch besser machen und auf was müssen wir schauen, oder? Genau. Vielleicht noch schnell von meiner Seite. Wir sind hier auf dem Kreuzfeldhof in Völinstorf. Wir bewirtschaften einen gemischten Betrieb mit Mutterkühen, Ackerbau und Bären und Obst. Für uns passt das eigentlich so, wie es ist. Wir sind dann nicht so lastig auf eine Kultur, sondern gemischte Sachen. Und das ist dann auch schön, mit dem zusammen zu arbeiten, weil es eine Herausforderung ist. Es ist jedes Jahr ein anderes Jahr. Und wie Heuer ist es nicht einfach, mit den Frösten, die wir hatten, das eigentlich so im Griff zu haben. Genau. Verantwortungsvoll produzieren heisst auch permanent weiterbilden und das bedeutet auch immer wieder technisch neue Möglichkeiten suchen. Verzähl mir etwas über Technik. Also wir haben hier die modernste Technik, die man heute eigentlich hat, für den Pflanzenschutz auszubringen, im Kern noch das Steinobst. Also wir haben topmoderne Bläsenspritzen, dass wir den Pflanzenschutz möglichst gezielt auf die Bäume bringen können. Also wir sind stark interessiert, dass wir unsere Pflanzenschutzmittel auf den Bäumen haben und nicht irgendwo in der Umwelt. Also wir haben hier eine Gebläse, die wir genau auf der Höhe haben, die wir eben hineinspritzen können, damit die Bäume wirklich genau bereicht werden. Heute haben wir einen Computer auf dieser Maschine. Der rechnet genau aus, wie viele Mittel wir hier brauchen. bringt das auch genau so aus. Also wenn ich eingegebe, so viel, dann habe ich endlich fertig. Wenn ich fertig bin mit Spritzen, ist Spritzen leer. Also wir haben hier topmoderne Spritzen, wo wir jetzt auch mit der Luft genau so fahren können, dass die ins rechte Ort kommt. Wir haben hier hinten Luftklappen, wo wir zumachen können. Also auf der Seite, wo wir nicht spritzen, ganz sicher nichts in die Umwelt rauskommt. Jetzt muss ich schnell nachfragen. Braucht es denn das Spritzen? Unbedingt geht es gar nicht ohne? Also ohne Spritzen, wir sagen eben Pflanzenschutz, wir müssen unsere Pflanzen schützen. Ihr müsst euch das vorstellen wie bei uns, wenn wir krank sind. Braucht es es oder braucht es es nicht? Also wir können einfach nicht spritzen und dann haben wir halt das, was wir vor 100 Jahren hatten, halt einmal ein Jahr nichts, weil einfach der Ertragsausfall 100% ist. Oder können wir mit dem Pflanzenschutz arbeiten und dann können wir den Ertragsausfall minimieren. Ob der Obstproduzent ein bestimmtes Pflanzenschutzmittel für einen bestimmten Zweck überhaupt einsetzen darf, das muss er heutzutage über 14 verschiedene Kriterien durchchecken lassen und die meisten davon sind Umweltauflagen. Hanspeter, gib uns mal ein Beispiel, wie ihr da jetzt vorgeht, um auch gegen die Schädlinge zu gehen und vor allem möchte ich dann auch noch wissen, was passiert dann mit dem Obst, wenn die Schädlinge wirksam werden. Also wir haben hier jetzt Beispiele vom Pflaumenwickler, wo wir eine Flugüberwachung machen mit einer sogenannten Leimfalle, die durch einen Pferomon, durch einen Sexuallockstoff, Männchen, angelockt wird, in der die Leimfalle kleben bleibt und dann haben wir den optimale Behandlungszeitpunkt gegen einen Pflaumenwickler. Das können wir daraus berechnen. Beim heutigen Pflanzenschutz geben wir den Sexuallockstoff, wie ich sagte, das Pheromon einsetzen für die Verwirrung. Also wir hängen sogenannte Pheromon-Sticker auf, die das Pheromon permanent während dem Flug abgeben und dann eigentlich das Männchen nicht mehr zum Weibchen finden, weil die ganze Anlage eingenebelt ist mit diesem Pheromon. Dann gib mir mal noch ein Beispiel. Es ist ja dann auch schwieriger, das Obst loszuwerden, weil der Grosshandel verlangt doch gewisse Spezifikationen, wie es aussehen muss. Wie sieht es denn aus, wenn ihr gar nicht spritzt? Wenn wir gar nicht spritzt, haben wir die Problematik, dass es eigentlich eine Zufallsproduktion ist. Erstens müssen wir äusserlich einwandfreie Äpfel, Zwetschgen, Kirsi in den Handel hineinbringen und das können wir nur mit einem gewissen Pflanzenschutz erreichen, weil dann haben wir auch zu viel Handarbeit, um das Ganze auszulesen. Die Haltbarkeit zum Beispiel beim Kernobst wird viel schlechter, wenn wir gewisse Pflanzenschutzmittel nicht mehr einsetzen können. Ralf, jetzt würde mich noch interessieren, was passiert, wenn die Initiative dann angenommen wird? Was bedeutet das für euch? Also ich denke, es ist für alle ein Riesenumdenken. Das kann von uns, also ich denke, es wird für alle ein Riesenumdenken sein, nicht nur für die Landwirtschaft. Also Konsumenten müssen schon bewusst sein, was das für Auswirkungen wird haben, auch auf Angestellte oder, die dann nicht mehr arbeiten, was sie mit der Landwirtschaft zu bedauern haben, aber es ist nicht nur die Landwirtschaft betroffen damit, das muss ich ganz klar sagen. Ich denke, auch in der Chemie wird das eine Auswirkung haben, also ich wüsste es nicht, also es ist schon nicht zu unterschätzen, die ganze Abstimmung. Ich denke, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist auf eine Art einfach nicht durchgedacht, oder? Die ganze, man muss sicher auch langsam schauen in die Richtung, aber es ist nicht der richtige Weg, also. Bei mir ist jetzt Marco Agostini, er ist Landrat aus Pfeffingen. Marco, wie realistisch denkst du ist das, wenn ich jetzt den Bauern zugehört habe, dann sagen sie ja wirklich, nein, das ist too much. Ich verstehe es, ich komme auch aus einer Bauernfamilie und es ist klar, so eine Initiative ist sehr einschneidend, sie ist einschneidend, das muss man sagen, aber es gibt auch eine Chance, in den nächsten acht bis zehn Jahren etwas umzustellen und wenn die Wählerinnen und Wähler ja sagen, dann sind sie natürlich auch Pflicht, oder? Sie müssen dann, dass die Landwirtschaft, die biologische Landwirtschaft dann auch unterstützen, also das ist Pflicht. Jetzt nimmst du die Wählerinnen und Wähler in Pflicht und ich habe jetzt aber ein bisschen Schreckspengst, die mir durch den Kopf geht, wenn ich mir überlege, das kostet relativ viel Geld, auch bis es umgestellt ist, bis man dann einmal so weit ist und dann habe ich das Gefühl, gehen aber genau alle die Wählerinnen und Wähler wieder im Ausland einkaufen und dann ist ja der ganze Effekt wieder weg. Ja, aber nur zum sagen, vor zwei Jahren hatten wir eine Fairfood-Initiative, die abgelehnt worden ist und genau diese Initiative hat das verhindern, und zwar, dass Lebensmittel in der Schweiz hineinkommen, die produziert wurden, sind in gleichem Standort, wie man hier in der Schweiz ist. Auch dort ist ein grosser Teil der Bauern dagegen gesehen, wo sie eigentlich geschützt hat. Aber wir haben jetzt seit acht Jahren, wenn es angenommen wird, flankierende Massnahmen zu ergreifen und das wird der Bund und National- und Ständerat auch müssen machen, zum Beispiel Bäume, die weiterleben, langleben, die muss man vielleicht auch erhalten gewisse Pestizide erlauben, vielleicht nicht synthetische, aber andere Pestizide, bis der Bauer die Chance hat, das umzustellen. Also da sind wir natürlich in der Pflicht, auch der Bund ist auch in der Pflicht, zu helfen denen. Marco, deine Bedenken zum Ganzen? Ich verstand einerseits auch die Chemiefirma, die ihre Pestizide verkaufen will. Fakt ist aber, wir wissen heute noch nicht, wie einschneiden die Cocktails an synthetischen Pestiziden werden bei uns. Fakt ist zum Beispiel, dass Biodiversität zurückgeht, Fakt ist, dass Insektensterben massiv ist, dass Vogelsterben massiv ist und wir wissen auch, dass die Cocktails sehr einschneidend sind bei der Spermaproduktion der Männer. Und sorry, wenn wir das nicht bedenken, dann verlieren wir.